Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe ja schon allerlei Spielereien hier in dieser Serie vorgestellt und heute möchte ich mich mal etwas ernsthafter mit dem Thema Spieleerstellung, Spieleprogrammierung auseinandersetzen und dazu stelle ich euch ein richtiges Programmiertool vor. Dabei handelt es sich um Visual Studio. Das gibt es in verschiedenen Programmiersprachen für verschiedene Betriebssysteme. Wie ihr hier seht, gibt es das für Windows, für macOS und theoretisch ist es sogar möglich, damit Anwendungen für Linux zu programmieren, wenn ich richtig informiert bin. Und ich klicke jetzt hier mal drauf, beziehungsweise ich klicke eben nicht drauf, sondern ich schaue mir nur die verschiedenen Editionen an. Die kosten Geld, Enterprise 2019 und Professional 2019. Hier gibt es zwar jeweils kostenlose Testversionen, die kosten aber definitiv Geld. Es gibt aber auch eine sogenannte Community-Funktion, das ist die hier, eine Community-Edition vielmehr und die könnt ihr euch komplett kostenlos runterladen und könnt sie auch weiterhin kostenlos benutzen. Vorausgesetzt, ihr habt ein Microsoft-Konto und meldet euch damit innerhalb des Visual Studios an. Innerhalb der einzelnen Versionen für verschiedene Betriebssysteme gibt es dann eben auch noch verschiedene Programmiersprachen. Unterstützt werden unter anderem C, F, VB.net und andere. Man kann damit auch Internetprogrammierung betreiben und vieles mehr. Umfangreiches Thema. Ich möchte mir eigentlich nur mal die Visual Studio Version für VB.net anschauen. Und die habe ich bereits installiert. Das Visual Studio 2019. Das dauert eine ganze Weile, das zu installieren. Und das ist auch nicht ganz unkompliziert. Im Idealfall sollte man es auf eine SSD-Festplatte packen. Und so weiter und so fort. Ihr kriegt das schon hin. Ich habe es auch hinbekommen. Und das ist jetzt der Start-Bildschirm. Hier können wir jetzt ein neues Projekt erstellen, wenn wir das möchten. Ich klicke da mal drauf und hier finden wir zuletzt verwendete Projektvorlagen. Hier finden wir andere Projektvorlagen bzw. alle. Ich will die jetzt gar nicht im Einzelnen besprechen. Es gibt reine Konsolenanwendungen, Klassenbibliotheken und anderes, was wir hier auswählen können. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Windows Forms App. Dann klicken wir auf Weiter und als nächstes müssen wir einen Namen vergeben. Ich nehme das Ganze hier mal Hello World weiter. Dann müssen wir ein Ziel-Framework aussuchen. Ich nehme mal das Aktuelle. Und zu guter Letzt klicken wir auf Erstellen und dann wird das Projekt hier erstellt. Und hier können wir jetzt anfangen, irgendwas zu programmieren, weil der Initialisierungsvorgang abgeschlossen ist. So sieht unser erstes Windows-Formular aus. Das heißt bezeichnenderweise Form 1. Und dann haben wir hier eine Toolbox, mit der wir verschiedene Sachen machen können. Ich ziehe jetzt hier erstmal eine Textbox hin. Das heißt, ich packe das Tool an und ziehe es hier auf mein Windows-Formular. Und dann kann ich mir das so hinziehen, wie ich das gerne möchte. Und das ist jetzt eine Textbox. Hier kann ich jetzt einen Text eintragen. Und wenn ihr auf die Textbox bzw. das beliebige Steuerelement doppelt klickt, kommt ihr in den Code-Bereich. Das erkläre ich später nochmal. Ja und hier oben habt ihr dann verschiedene Tabs, mit der ihr wieder vom Code-Bereich in den Design-Bereich kommt. Das ist der Design-Bereich. Hier rechts haben wir den Projekt Mappen Explorer und darunter die Eigenschaften des jeweils angeklickten Elements. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Windows-Form hier anklicken, dann bekommen wir hier die Eigenschaften der Windows-Form angezeigt. Das Windows-Formular. Und wenn wir wieder die Textbox anklicken, dann bekommen wir die Eigenschaften von der Textbox angezeigt. Und ich schreibe jetzt hier mal Hello World rein. Und drücke Enter. Und dann wird mir das jetzt hier links angezeigt. Und wir haben hier die Möglichkeit, verschiedene Dinge noch zu verändern. Zum Beispiel können wir die Hintergrundfarbe verändern. Wir können das Design der Umrandung verändern, wenn wir das wollen. Wir können den Cursor festlegen, der angezeigt wird zur Laufzeit. In dem Fall ist das jetzt ein I. Wenn wir die App jetzt testen, merkt ihr, was das bedeutet. Sobald wir mit dem Mauszeiger eben auf die Textbox fahren, verwandelt sich das Ganze in einen I-Beam-Cursor. Der heißt hier halt so, ja, wir können die Ausrichtung des Textes verändern. Wir können das Ganze zum Beispiel mittig auch anzeigen lassen. All diese Dinge können wir hier ändern. Wir können auch mehrere Zeilen innerhalb dieser Textbox anzeigen. Zu dem Zweck können wir uns das Ganze hier dann auch größer ziehen. Beziehungsweise wir müssen es halt auf Multi-Line umstellen. Dann können wir es größer ziehen. Aber für meine Zwecke tut es das jetzt erstmal. Ich möchte kein Multi-Line. Und stattdessen mache ich mir mal eine Handvoll neuer Textboxen, damit hier jetzt auch mal ein bisschen Bewegung in die Sache kommt. Also, wir machen uns eine neue Textbox. Da schreiben wir rein Tag. Ich zentriere das Ganze mittig. Ich schalte das Ganze auf Read Only, so dass man den Text hier drin nicht bearbeiten kann. Und dann lasse ich das. Das gefällt mir gut. Und jetzt kopiere ich diese Textbox immer wieder. Steuerung C, Steuerung V, Steuerung V, V, V. Und dann habe ich hier ganz viele Textboxen, die alle in der Art sind, wie die, die ich zuerst erstellt habe. Ich werde jetzt hier testweise mal eine kleine Simulation erstellen. Verschiedene Bezeichnungen, die wir eintragen können. Zum Beispiel Gesundheit, Hunger, Hygiene. Nur mal so als Beispiel. Und jetzt werde ich mir noch mehr Textboxen erstellen. Wieder mit Steuerung V, weil das ist ja noch im Speicher. Und die ziehe ich dahinter. Und dann nehme ich den Text raus, so dass nichts angezeigt wird. Ich sage, das hier soll kein tolles Spiel werden. Nichts Besonderes. Ich möchte einfach nur mal die Funktionsweise von Visual Basic erklären. Und da mache ich jetzt, was mir gerade so in Sinn kommt. Wir brauchen noch eine Textbox. Fällt mir gerade auf. Und zwar hier oben. So, und dann brauchen wir noch einen Button. Der Button funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie auch die Textboxen. Wir nennen den Button Start. Und dann brauche ich noch einen Timer. Der findet sich hier unten. Und wenn er den hier drauf zieht, dann taucht er hier gar nirgends auf. Der taucht da unten auf. Den können wir doppelklicken, wie auch die Textboxen und so weiter. Und ich zeige euch jetzt, was wir mit dem Timer machen. Als erstes legen wir den Intervall auf 1000 fest. Das ist so in etwa eine Sekunde. Und der Timer ist ausgeschaltet, wie ihr hier seht. Und ich mache jetzt folgendes. Ich tue doppelklicken auf Start und schreibe hier einen Befehl rein. Ein Programmierbefehl, wenn man so will. Timer 1. Der existiert schon, wie ihr hier seht. Wenn der Spieler jetzt auf den Timer klickt, dann sollte das Spiel eben starten. Und dann müssen wir jetzt mal sagen, was soll der Timer überhaupt machen. Und dazu brauchen wir Variablen. Und die denke ich mir jetzt mal aus. Per Rechtsklick hier in der Projektmappe hinzufügen. Das ist die richtige Option. Und wir brauchen ein Modul. Das seht ihr hier unten. Und hier lege ich jetzt meine globalen Variablen fest. Die Variablen deklariere ich mit Public. Wotag, Hunger, Hygiene. Wotag, Hunger, Hygiene. Jetzt kann ich hier wieder zwischen den Tabs hin und her wechseln. Und kann jetzt sagen, dass wenn der Timer eingeschaltet wird, der Timer folgendes macht. Wotag gleich Wotag plus 1. Jedes Mal, wenn der Timer jetzt also tickt, sozusagen, sollte sich der Wochentag um 1 erhöhen. Das wird aber noch nicht angezeigt. Das müssen wir natürlich auch programmieren. Also keine Sorge, wenn ihr das jetzt hier alles nicht versteht. Ich wollte euch nur anhand eines ganz kleinen Projektes mal zeigen, was man hiermit so machen kann überhaupt. Die Variable Wotag wird jetzt also mit jedem Tick um 1 erhöht. Und das Ganze müssen wir jetzt noch anzeigen im Designer. Das heißt, wir schauen nach, wo der Wochentag angezeigt werden soll. Das ist die Textbox 9. Und dann gehen wir wieder zu unserem Timer und sagen Textbox 9. Die können wir hier auch raussuchen in der Liste. Punkt Text gleich Wotag. Dadurch wird die aktualisierte Variable also angezeigt. Und jetzt müsste es wirklich funktionieren, wenn wir nochmal auf Play klicken, beziehungsweise auf Ausführen und dann auf Start. Aus irgendeinem Grund funktioniert das gerade nicht. Ein bisschen schneller machen das Ganze. Irgendwo ist ein Fehler drin. Und ich habe den Fehler zwischenzeitlich gefunden. Früher war ja die alte Schreibweise erlaubt. Das geht so, aber das ist jetzt falsch. Darum wird das hier mit einer gestrichelten Linie angezeigt. Darum entfernen wir das wieder. Und was ich da auch drunter geschrieben habe, ist Quatsch. Das muss genau andersrum sein. Nämlich plus gleich 1. Und dann sollte das funktionieren. Wir testen das Ganze nochmal, indem wir auf Play klicken. Dann auf Start. Genau, das läuft jetzt ziemlich schnell. Ich wollte es eigentlich im Sekundentakt haben. Darum ändere ich nochmal den Timer-Intervall. Auf 1.000. Ja, und jetzt kommen wir noch zu den anderen Punkten. Wir können nämlich auch den Hunger pro Tag um 1 erhöhen. Mit dem gleichen Befehl. Dementsprechend haben wir dann eine andere Textbox, die wir befüllen müssen. In dem Fall die Textbox 7. Da kopiere ich den alten Befehl und ändere den ab. Und dann sollte das auch funktionieren. Das heißt, der Hunger erhöht sich jetzt analog zu dem Tag, an dem wir sind. Und wir können noch mehr machen. Wir können zum Beispiel sagen, dass wir die Form, wenn sie geladen wird, dass wir da einen Wert festlegen. Zum Beispiel Gesundheit. Das brauchen wir dann auch als deklarierte Variable. Und im Designer sagen wir jetzt beim Laden des Formulars. Wir legen Gesundheit auf 100 fest. Und das tragen wir natürlich ein in unserem Formular. Textbox 6.text gleich Gesundheit. Soweit. Das war wie gesagt nur ein ganz kleiner Einblick. Wenn euch interessiert, was man hier noch so machen kann, dann hinterlasst mir gerne mal einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Denn dann werde ich das Projekt hier noch ein bisschen fortführen. Für den allerersten Ausblick soll es das aber erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Checkt gerne auch meine anderen Videos ab. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.